Musik Hallo ihr Lieben, Christian Halschemeyer, Pater, Beziehungscoach, Sprungspsychologe. Schaut gerne auf Liebeschipp vorbei, meldet euch auch an für meinen Newsletter. Wir werden auch viel machen in Zukunft über den Newsletter. Und findet da auch Persönlichkeitstests und so weiter auf Liebeschipp. Und wir haben heute echt eine coole Frage. Jemand schreibt davon, warum er so von Drama oder ob das okay ist, so von Drama fasziniert zu sein. Und ich kann euch auch schon gleich sagen, das ist jetzt mal eine Mail, wo ich mir, wo ich auch eure Hilfe brauche, sage ich mal, weil ich werde die nicht erschöpfend beantworten können, weil das tatsächlich, was in dieser Mail thematisiert wird, ist auch eine Sache, mit der ich mich oft rumschlage und versuche zu verstehen. Und weil ich glaube, das ist ein Schlüssel, glaube ich, um viel in der Welt zu verstehen. Also das ist, glaube ich, echt eine wichtige Mail hier. Von Adreffkolov und Adreffkolavka und sie schreibt, Lieber Christian, ich würde mich freuen, wenn du über das Thema Emotions- und Dramasucht außerhalb der Paarbeziehung berichten könntest. Ich bin seit einem halben Jahr aus einer narzisstischen Beziehung raus. Ich selbst im Plusball natürlich, seitdem null Kontakt und Schritt für Schritt in die Erschaffung eines nice, geilen Lebens ohne Dating. Da gebe ich mir gerade noch eine Pause zum Heilen der vergangenen Verletzungen. Jetzt fällt mir in meinem Alltag auf, dass ich überaus neugierig und fast übergriffig und sehr involviert auf die Dating-Geschichten einer sehr guten Freundin reagiere, dort aber auch übermäßig Mitleide, wenn sie gegen ihre eigenen Standards und Dealbeker verstößen, mit dem Typen nichts vorangeht. Dann erzählt mir ein entfernter Kollege, dass seine Frau sich von ihm getrennt hat und ich fühlte mich, als soge ich den Schmerz praktisch auf. Ja, also mich erinnert erst mal so ein Bild, was mir gleich kam, an Menschen, die im Rauchen aufhören und dann so, wird irgendwo geraucht und dann so den Rauch aufsagen. Heißt, ich reagierte empathisch auf ihn und es tat mir leid, was er durchmacht. Sein Schmerz fühlte sich aber auch irgendwie gut an. Was mir schwerfällt einzuordnen. Vielleicht erinnert es mich an einen eigenen Trennungsschmerz. Vielleicht auch nicht. Ja, also da muss ich ein bisschen rumphilosophieren und ausholen, glaube ich, heute mal. Also das ist ein Phänomen, was ich schon lange beobachte. Ich meine, ich bin ja auch irgendwo Content Creator, viel auf Social Media unterwegs und ich merke einfach, dass du ohne Drama zu produzieren, kommst du praktisch über ein gewisses Level, ich will nicht sagen, dass es gar nicht geht, aber es ist schwer, über ein gewisses Level rauszukommen. Hingegen, wenn du Drama produzierst, ich meine, wir sind ja auch mehr als die meisten Zuschauer und Zuschauerinnen wahrscheinlich hier, gucken wir uns natürlich auch viel an auf Social Media und kriegen auch diese Beefs da mit und sobald Leute Beefs haben, explodieren deren Zugriffszahlen so, ne? Und oder auch bei dem Dopamin-Podcast haben wir auch gemerkt, dass ja, so Themen über stabile Beziehung ist vielleicht nicht so interessant, wie wenn man Beef hat und so, ne? Bei mir funktioniert das trotzdem ganz gut. Apropos, jetzt gucken ja auch viele meinen Kanal ohne zu abonnieren, jetzt frage ich immer wieder, wie können wir dich unterstützen? Nehmen wir einfach kostenloses Abo, das werde ich 40.000 ja nicht vollkriegen und aber ihr könnt mich auch gerne unterstützen über eine Kanalmitgliedschaft oder so eine einmalige Super Thanks heißt das, glaube ich, gibt es unter jedem Video. Da freue ich mich auch sehr drüber. Aber gut, zurück zum Thema. Also bei mir läuft das noch ganz gut, weil ich ja quasi auch Drammengeschichten anderer Leute vorlese und ja gut, natürlich auch, glaube ich, ein echt gutes Hilfsprogramm hier biete, was viele brauchen und das wird ja auch stark genutzt. Ich glaube, auf Libeship haben wir jetzt ja, also es geht so an die 20.000 Nutzer und Nutzerinnen ist, glaube ich, das ist natürlich schon beeindruckend, aber gesagt, es ist irgendwo Drama es zählt und ich habe ja auch viel für Print, für Zeitschriften gearbeitet und so und ja, also man sagt ja immer, warum drücken die Medien so negative Nachrichten? Ich meine, die stellen sich ja nicht hin und sagen, wir wollen negative Nachrichten drucken, sondern die hauen Artikel raus, ich habe ja auch ganz viele Artikel geschrieben selber und hauen Artikel raus und sehen dann einen Tag später, wie werden die geklickt irgendwie so und die und dann wollen die einfach mehr haben, was für geklickt wird, was für viel geklickt, Drama, 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 Gossip, Doom and Gloom, was weiß ich, ja, das ist auch auf YouTube, wie gesagt, ich gucke da ja viel, was es so gibt und auch diese ganzen Weltuntergangskanäle, wo man denkt, mein Gott, wer guckt das freiwillig, ich denke mal, wer guckt das freiwillig irgendwie, aber riesengroße Zugriffszahlen, obwohl da irgendwie, weiß ich, nur irgendwie irgendwelche Verschwörungsstories und ich weiß nicht was, überhaupt diese ganze Verschwörungskram, riesige Zugriffszahlen so, ne, teilweise, wo man denkt, das ist ja alles nur aus dem hohlen Daumen gesogen, aber ja, die meisten Fällen zumindest wahrscheinlich und das, warum ist das so, ne, und die Frage ist, können wir als Menschen nicht anders, also sicherlich brauchen wir, also ich denke, es wird schon immer Gossip gegeben haben, also dass man sich, also sicherlich sind wir so super soziale Wesen und wir lieben es einfach, uns zu unterhalten über die Beziehung von anderen und wer ist mit wem und wer hat gerade welche Positionen in der Gruppe, also das scheint super interessant zu sein für unser Gehirn so, das ist ja auch noch, erscheint da mir auch irgendwie unproblematisch, aber warum lieben wir so die negativen Storys, ne, also weil wir uns dann besser fühlen mit unseren eigenen Storys, da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, ist das irgendwas, was jeder Mensch hat, dass er irgendwie ein Stück Drama braucht, um sich gut zu fühlen oder ist das, was ich mir auch gut vorstellen könnte, also was ich auch, wo ich auch ein bisschen mehr zu tendiere, ist das Ausfluss vielleicht von dramatischen oder traumatischen Kindheiten, wo man sich einfach daran gewöhnt hat, an so einem Level, findet das irgendwie normal oder auch, ja, vielleicht gibt es sicherlich auch, das ist ja auch immer wieder, überlege, gibt es da so eine Schnittstelle Richtung ADS oder auch, jetzt nicht unbedingt ADS als Diagnose oder Menschen, die so in die Richtung gehen, dass es einfach Gehirne gibt, die mehr Stimulationen brauchen, sag ich mal, kann ich mir auch gut vorstellen, ne, das ist, und auch letztlich, wie soll ich mal sagen, dass die Welt einfach noch wahnsinnig auf 3D, also für mich ist, also für mich spirituell ist für mich eben Drama auch 3D so, ne, und, ähm, was ich mich, was ich mich eigentlich frage, ist, kann man wirklich seine Schwingung, sag ich mal, so erhöhen, dass man da, ähm, einfach keinen Bock mehr drauf hat, und ich tendiere dazu, ja zu sagen dazu, nur lebst du ja immer noch in der Welt, wo die allermeisten Leute drauf, drauf stehen, und du vielleicht selber auch noch Anteile hast davon, ne, wo du vielleicht irgendwo willst dich rausentwickeln und irgendwo hast du vielleicht diese Anteile noch so, ne, also so, ich merke, das ist so ein bisschen, äh, zum letztendlichen Schluss bin ich da noch nicht gekommen, es gibt da so Tendenzen, aber ich würde mich auch wirklich interessieren, was ihr dazu denkt, aber auf einer globalen Ebene muss man einfach sagen, die Menschheit ist offensichtlich noch lange nicht, dass sie auf Drama verzichten will, und wenn wir uns über zu viel Drama in Medien und auf Social Media aufregen, dann muss man einfach sagen, das ist eine Echoblase, eine Echoblase von dem, was wir Menschen scheinbar wollen, so in der Gesamtheit, so, ne, weil das kommt immer nur als Echo wieder da zurück, so, ne, aus den Medien, ne, das ist so, ne, also insofern, äh, super interessante Frage, ich finde es, wie gesagt, auch frustrierendes Thema, weil, ähm, wenn man sozusagen so einen 3D-freien Content machen will, dann muss man echt sehen, dass man, äh, seine Abnehmer dafür findet, sage ich mal so, weil die Welt einfach noch viel, viel so ist und so funktioniert, ne, also wenn du mal guckst, irgendwie, ähm, die Menschen, die so berühmt sind und so, wo ist da Stabilität, ne, ist häufig überhaupt nicht da und, ähm, auch sind, ähm, jetzt sage ich ja auch immer wieder, die Welt feiert einfach, äh, narzisstische Menschen so, ne, das, vor und zurück, ne, und, ähm, und gleichzeitig sagt sie aber, die Menschen sollen weniger narzisstisch sein irgendwie, ne, das, also da, da beißt sich die Katze einfach in den Schwanz und ich glaube, da müsste sich, aber ich glaube, da sind wir echt, meinen wir schon entfernt, da müsste sich wirklich, ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich glaube, da ist noch ein ganz schönes Stück, äh, Strecke auf jeden Fall, ähm, dass die Menschen sich auch wirklich nachhaltig interessieren, ähm, ja, für eine Nicht-Drama-Zone, sage ich mal, ne, ja, also insofern, ich glaube schon, dass es wirklich sehr viel, was Eckart Toll immer sagt, mit dem Schmerzkörper zu tun hat, der gefüttert werden will und der sich eben nicht von heute auf morgen abbaut, und, ähm, also insofern tendiere ich immer, meine, ich habe jetzt, habe ich noch, ähm, na, ihr seht das ja immer irgendwie im Video irgendwo eingeblendet, neue Dimensionen der Liebe, mein etwas komplexeres, letztes Buch, ähm, schreibe ich da auch viel drüber, für mich ist das Drama einfach Ausfluss von eher niederschwingenden 3D-Energien, so, äh, wie das da genannt wurde, und, ähm, ich glaube schon, dass wir als Menschheit uns da weiterentwickeln wollen, du bist ja auch dabei, aber, ja, das dauert halt und, äh, und manchmal will man es vielleicht auch nicht loslassen, weil man, weil 3D, äh, Drama eben auch, ja, irgendwie rein kickt, so, ne, äh, aber ich, ich zwitsche da mal so ein bisschen hin und her, dass ich mir, ja, vielleicht, vielleicht geht's auch gar nicht, vielleicht brauchen wir echt ein Stück Drama, vielleicht ist der Mensch einfach so, und, äh, vielleicht überschätzen wir uns da auch, wenn wir denken, wir könnten das ganz hinter uns lassen, ich weiß es nicht, ich bin wirklich super interessant, was ihr dazu denkt, ähm, so, aber ich komme jetzt auch gleich mal wieder zu dir zurück, sorry, hab dich jetzt ein bisschen eingespannt hier für eine größere Schleife, ein letztes Beispiel ist so, ich beobachte meine Freundschaften momentan sehr genau, mir ist bewusst, dass ein paar höchstwahrscheinlich auf den alten, meinerseits pluspoligen Mustern aufgebaut sind, ein paar scheine ich schon identifiziert zu haben, trotzdem finde ich es schwierig, hier zu unterscheiden, ob ich meine Chance zum Dealbreaker in Freundschaften achte oder anfange, Dramen zu produzieren, und falls letzteres zutrifft, wie kann ich mir helfen, auf dem Weg in ein nice geiles Leben und eine Entwicklung nicht durch Sucht nach Dopaminkicks zu erschweren, und das ist, also du bist ja absolut auf einem sehr bewussten Weg, auf jeden Fall, und bewusst heißt ja auch, dass man seine Schattenseiten sieht, und, ähm, man muss tatsächlich, äh, wenn man in toxischen Beziehungen war, muss man detoxen, und das ist nicht irgendwie mit ein paar Wochen oder ein paar Monaten getan, also, äh, jetzt in deinem ganz speziellen Fall, also wie gesagt, vielleicht ist es ein bisschen was allgemeinmenschliches, dass man sich für Drama interessiert, aber, in deinem ganz speziellen Fall ist es, glaube ich, immer noch, äh, diese Rezeptoren da um, die da immer noch ein bisschen auf dem Entzugsmodus sind, und weil, es ist ja schon so, wenn wir unter Stress, Adrenalin, Dopamin sind, fühlt sich das Leben manchmal sehr intensiv an, ich meine, Drogen gibt es nicht umsonst, kreuz und quer auf der Welt, es fühlt sich gut an, und ich denke auch, dass, äh, Drama ist auch so eine Art, äh, Droge, und, äh, beziehungsweise unsere, wir haben ja unsere körpereigenen Drogen, letzten Endes, letzten Endes, und, ja, das, das weiß man ja auch, wenn mal so richtig, ähm, ich weiß nicht, ob das bei jedem Menschen so ist, aber ich kenne das auf jeden Fall, wenn man so richtig, äh, in so einer Situation ist, wo so richtig, die Kacke am Dampfen ist, und so richtig Halligalli, und man muss so richtig aufpassen, und ist so maximal gefordert, ähm, man fühlt sich dann ja total lebendig, obwohl gerade richtig Halligalli ist, du musst funktionieren, es ist, ähm, also vielleicht auch gerade, wenn man selber jetzt nicht so betroffen ist, du bist irgendwie, weiß ich nicht, du kommst dazu bei irgendeinem Unfall, und du, boah, und du steigst ein, und du weißt, was zu tun ist, und du rettest Menschen, äh, und bewältigst diese Situation, und tadada, und da musst du noch im Gletscher zurücklaufen, und da, und es klappt alles, und, äh, ja, das ist Wahnsinn, du fühlst dich lebendig, und, äh, kompetent, und, boah, und das war aber, und wo das eigentlich eine total negative Sache war, so vom Inhalt her, ist es irgendwie so, wow, das war jetzt aber krass, irgendwie so, und, äh, das ist auch, denke ich, in, äh, Drama irgendwie überdeckt, glaube ich, vieles, wo man vielleicht auch so, selber so Stellen hat, die vielleicht ein bisschen sich erstmal leer anfühlen, oder nicht gespiegelt worden sind, in der Kindheit, und dann, äh, gibt diese toxische Beziehung, geben halt so ein, wie ich finde, aber es muss jeder selber ein bisschen Fake-Gefühl, von, boah, hier geht's um was ganz Wichtiges, da muss ich jetzt drum kämpfen, hier bin ich komplett gefordert, ich fühl mich hier total in diesem Schmerz, und da, und, aber letzten Endes, meine Meinung ist, schon mehr, dass es Schmerzkörperprozesse sind, die jetzt menschlich normal sind, aber wo wir uns vielleicht doch weiterentwickeln wollen, aber manchmal zweifle ich auch dran, wenn ich die Welt so sehe, weiß ich nicht, äh, schon gerade echt, äh, bisschen schwierige Zeit, finde ich, ähm, und wir dürfen natürlich auch sagen, ähm, ja, ich bin so, wie ich bin, und, äh, akzeptiere mich so damit, das machst du ja auch, du guckst es dir einfach an, und das ist ja auch, wie man Schmerzkörper auflöst, durch Bewusstsein und Bewusstheit, und es ist ja auch okay, also das, was ich immer dann dazu sage, ist, es ist okay, gesunde Kicks sich zu verschaffen, so, ne, und, ähm, das ist natürlich jetzt ein weites, äh, Feld, also natürlich kannst du es auch mal genießen, äh, den Drama-Geschichten von anderen zuzuhören, trotzdem, ja, äh, du genießt dann letztlich wieder von diesem alten Kram, was, ne, wo du eigentlich auch ein bisschen von weg willst, also muss man, muss man immer so ein bisschen für sich steuern, glaube ich, ansonsten sind gesunde Kekse, aus meiner Sicht, ähm, ja, sich, äh, Herausforderungen zu schaffen, außerhalb von irgendwie, Toxizität, so, ne, also, ich, gefällt da alles halt, es gibt sicherlich noch mehr Beispiele, gefällt da als meistens, halt, ähm, ja, irgendwelche Mikro-Abenteuer im Alltag, äh, Abenteuersportarten, also das, das ist ja völlig in Ordnung, irgendwie so ein bisschen das Schwill zu suchen im Leben, ne, nur eben nicht, äh, auf so eine süchtige Art, das wäre halt so das Ziel, ne, so, ansonsten, ähm, ähm, einigenweise Freundschaften über den Jordan gegangen, ähm, einfach, weil es einfach nicht mehr geweibt hat, so, letzten Endes so, also man musste die jetzt nicht irgendwie blocken, oder, sondern, es hat sich irgendwie so, wie so einer Zentrifuge, sag ich mal, so auseinander gedödelt, und, ähm, ist wie es ist, ne, ich denke mal, dass auch, vielleicht auch ehemalige Freunde von mir, mich irgendwie dann komisch fanden, oder so, ja, äh, da hat ja jeder mal seine eigene Meinung zu, und, auch okay, und, so, aber klar, wenn Dealwacker passieren, ja, das kenne ich natürlich auch, also, wie gesagt, da muss man jetzt keinen Riesenaufriss machen, aber dann werden die Freunde eben auf die Umlaufbahn verschoben, ne, man kann das ja mal einmal ansprechen, wird aber häufig bei Dealwackern, ist ja meine Erfahrung immer gewesen, du sprichst es an, und, es ist, als wenn du, äh, weiß ich nicht, einen Maulwurf Tennis spielen, beibringen willst, und, es ist auch gar keine Wertung, oder so, es ist, es ist, du hast das Gefühl, ja, ich jetzt, ich hab's eigentlich nur angesprochen, und damit ich mir selber sagen kann, boah, ich hab's sogar angesprochen, und kommst aber keinen Schritt weiter, und, äh, ja, kannst es dann nur in Liebe loslassen, äh, oder, wie gesagt, auf eine lockere Ebene heben, muss es ja auch nicht immer heißen, dass man die Leute, dann gar nicht mehr sieht, oder so, aber dass es dann irgendwie lockerer wird, nicht mehr so eng, oder so, was willst du da machen anders, ne, so, und was Letzteres zutrifft, wie kann ich mir helfen, auf den Weg, in mein Nice-Geist-Leben, meine Entwicklung, ja, es hatte ja schon, völlige Abstinenz von anderen Menschen, oder Gefühlen, ist ja auch nicht die Lösung, beziehungsweise gar nicht möglich, was ist denn aus seiner Sicht der Ursprung, der Sucht, nach emotionalen Dramen, ja, ich hoffe, ich habe mein eigenes, äh, tut mir leid, dass ich die E-Mail jetzt mal heute nicht so ganz, null eins beantworten kann, habe, äh, meine eigenen Gedanken dazu hoffentlich, geschildert, auf jeden Fall stellst du die richtigen Fragen, finde ich, und, äh, so ganz kann man sich davon, glaube ich, nicht abstrahieren, das muss ich tatsächlich auch sagen, und natürlich, äh, wollen wir weiter mit Menschen im Kontakt sein, und, lustige Dinge erleben, äh, und, ja, ich meine, es ist ja auch, nehmen wir mal zum Beispiel, sich verlieben, das ist ja eine wunderschöne Sache, auch mit ganz viel Dopamin, da ist halt überhaupt nichts gegen einzuwenden, so, nur wenn man, das Problem ist halt, wenn man jetzt sagt, ähm, ja, ich finde das so toll, sich zu verlieben, ich will ständig verliebt sein, ja, dann, kippt es halt so, ne, dann, weil dann kannst du ja nicht mehr mit einer Person, dann musst du sozusagen durchwechseln, dann musst du, äh, dann musst du anderen vielleicht irgendwas vorschwärmen, dann musst du vielleicht anfangen mit Lovebombing, äh, dass du das überhaupt so durchziehen kannst, und, und trotzdem wird es vielleicht irgendwann schal, und, äh, beim hundertsten Mal, sich zu verlieben, äh, merkt man vielleicht irgendwie, pff, das führt es aber auch zu nicht, nichts, und stellst dann fest, dass es eigentlich, äh, dass du so keine tiefen, tragfähigen Beziehungen führen kannst, also, wie gesagt, das, ich denke, ist auch die Dosis häufig so, dass es Gift macht, ne, beziehungsweise, ähm, ja, manchmal ist weniger, glaube ich, mehr, aber das heißt nicht, dass man die, was das Leben uns, an, äh, gesunden, sag ich mal, Sachen vor die Füße schmeißt, so viel mal schön, äh, ein bisschen ins Dopamin springen können, und so, da kann man sich ja drüber freuen, aber ich glaube, in dem Moment, wo man es versucht, so die ganze Zeit zu reproduzieren, da wird es, glaube ich, schwierig, ne, ja, was sagt es irgendwie dazu, hoffe, das war verständlich, mach die fucking Kurse, ne, Verlustangskurs geht bald los, und wir sehen uns mal wieder. und wir sehen uns mal wieder. und wir sehen uns mal wieder.